Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über den Mozilla Firefox 4.0. Ich habe hier schon mal eine Beta-Version runtergeladen und frage mich jetzt die ganze Zeit, wo jetzt eigentlich das Update-Button ist. Beim alten Browser konnte man hier, wenn man die Menüleiste eingeblendet hat, konnte man hier unter Hilfe irgendwo nach Updates suchen anwählen. Ich habe jetzt endlich die Möglichkeit gefunden, man muss über Firefox anklicken und dann erscheint hier eine Statusmeldung, dass ein Update runtergeladen wird und wenn das Ganze runtergelaufen ist, kann man hier Update installieren anwählen. Nach einem kurzen Klick auf das Installations-Button erwartet uns nun der Firefox 4.0. Optisch hat sich jetzt nicht viel geändert. Das war's auch an dieser Stelle schon zum Firefox 4 Update. Es kommen aber gleich noch zwei weitere Videos, ein allgemeines mit allen möglichen Erklärungen zum Firefox Browser und ein Video mit Tipps und Tricks, also das, was man jetzt schon sagen kann. Okay, tschüss!